Ich heiße Kenichiro Kojima, komme aus Japan, bin Pianist. 2015 habe ich ein großes Problem mit meiner rechten Hand bekommen. Die Krankheit heisst Focale Dystonie, das ist eine neurologische Krankheit. Die Krankheit zerstört das Signalsystem zwischen dem Gehirn und meiner rechten Hand. Aber trotzdem, es gibt ein paar Möglichkeiten, Training und so weiter. Ich trainiere jetzt mit einem wunderbaren Trainer in Berlin. Ich weiss nicht, wie lange es dauert, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich irgendwann wieder mit meinen beiden Händen spielen kann. Am Anfang war es natürlich eine ganz schlimme Zeit. Ich habe mich wirklich überlegt, ob ich weiter Klavier spielen kann oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt weiter Musik machen kann oder nicht. Also, wir sehen uns wieder jetzt auf Achtung. Wir sehen uns wieder, bis dann mal kurz. Irgendwann habe ich gedacht, vielleicht spiele ich mit meiner linken Hand. Ich kannte schon damals zwei oder drei Werke, die für die linke Hand allein geschrieben sind. Ich habe Noten gesammelt und habe ein Programm für einen Klavierabend aufgebaut. Und davon habe ich wieder große Hoffnung und große Freude bekommen, als Musiker weiterzuleben. Ich möchte immer der Musiker sein, der immer große Freude, große Liebe und große Leidenschaft an der Musik hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020